So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur letzten Session des Abends, zur traditionellen Session Meet the Team Film and TV Made in Germany. Wer jetzt noch mehr als 15% Akku hat in seinem Handy, darf natürlich gerne twittern und Instagram, alles unter dem Hashtag MCB18, ganz wichtig. Und wer kein Deutsch versteht, der versteht jetzt das, was ich gerade sage, wahrscheinlich auch nicht, deswegen sage ich es auf Englisch. Whoever doesn't understand German can just grab headphones in the back there and it will be translated into English. Wir haben heute zwei verschiedene Teams hier auf der Bühne. Einmal einen Kinofilm und einmal eine Serie und wir beginnen mit dem Kinofilm und deswegen heißen Sie bitte ganz herzlich mit mir zusammen willkommen. Sie dürfen Ihnen übrigens auch nachher Fragen stellen, wir öffnen das fürs Publikum, heißen Sie ganz herzlich willkommen, das Team von 25 kmh. Man kennt einige, Lars Einiger natürlich kennen wir, aber wir müssen dich auch vorstellen, Oliver Ziegenbeik, Produzent und Drehbuchautor. Dann haben wir Eva van Leeuwen, Verleih Sony, dann haben wir Felix Leitermann, Produktionsleiter und zu guter Letzt natürlich Markus Goller, Produzent und Regisseur. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, kann man nochmal klatschen? Hallo. Und bevor wir über den Film reden, vielleicht gucken wir uns erstmal einen kleinen Trailer an, dann wissen wir, worüber wir reden. Ja. Verheiratet? Nee. Kinder? Nee. Schwul? Hier ist die Karte, gibt es die Muffas eigentlich noch? Ich hab mich nicht mehr einfach immer so auf Kommando, ne? Ich war neulich mal beim Urologen, der hat gesagt, das ist ganz normal in unserem Alter. Warst du schon mal bei der Vorsorge? Lass mich da nicht immer konzentrieren. Das macht dann 15 Euro für jeden von Ihnen für das Fahren ohne Helm. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt Ihre Kraftfahrzeuge schieben müssen. Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Sie können uns doch hier nicht schieben lassen. Wir sind mitten in der Pampa, da sind wir ja morgen noch unterwegs. Doch. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Wollen Sie uns bis zur Landesgrenze eskortieren, oder was? Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Ich hoffe wirklich, du gehst beim nächsten Länderfinanzausgleich leer aus! Das war Nordrhein-Westfalen. Das macht schon sehr viel Lust auf mehr. Wir wissen also, zwei Brüder gehen auf einen Roadtrip. Was passiert da? Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen, was wir gerade gesehen haben? Okay, also auf der Beerdigung Ihres Vaters treffen sich zwei Brüder nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder. Und hat man ja gesehen, Sie verstehen sich nicht so wahnsinnig gut. Und Sie erinnern sich dann dran, dass Sie, als Sie 16 Jahre alt waren, vorhatten, mit dem Mofa gemeinsam durch Deutschland zu fahren, weil Sie Deutschland nicht kannten, weil Sie im Schwarzwald aufgewachsen sind. Und weil Sie beide in einer Lebenskrise stecken und sowieso, also sozusagen irgendwas in Ihrem Leben verändern muss, erinnern Sie sich da dran und beschließen, diese Reise in dem Alter von 45 Jahren zu machen. Und dann wiederholen Sie die Reise, die Sie eigentlich als 16-Jährige vorhatten. Und treffen auf dem Weg ganz, ganz viele... Die, die da alle da sind und noch mehr. Die, die da alle da sind und noch mehr. Ja, ein unglaublicher Cast, muss man vielleicht nochmal sagen. Also Lars Eidinger und Bjarne Mädel, in der kleinen Hauptrollen. Dann aber auch Franka Potente, Jeller Hase, Wotan, Wicke, Möhringer, Alexander Maria, Lara und, 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 und. Markus, wie bekommt man die alle? Naja, man muss fragen. Nee, wir hatten, also es geht, du baust es von vorne weg. Also wir hatten halt ganz schnell eigentlich erstmal unsere tolle Casterin Nina Hauen. Olli hat es geschrieben, wir wollten es machen, wir sind zu Nina gegangen und hatten natürlich schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Und Nina hat uns dann einfach ein Blatt hingelegt, wie wäre es denn mit der Kombi. Und dann lag da eben Lars und Bjarne, das war so ein DIN A4-Dings und diese Fotos waren einfach, das war einfach sofort klar, dass es so sein muss. A, weil ihr euch wirklich auch tatsächlich in irgendeiner Form ähnlich seht, auch wenn es, also ihr habt ähnliche Features, ne, Augen und so. Findest du das auch? Dann war das natürlich, also es hat einfach so, deine Augen sind so schön. Nein, und dann war das irgendwie sofort klar. Und wir haben uns getroffen und sehr nervös, haben gegeneinander Tischtennis gespielt, weil in dem Film, das kommt noch gar nicht rüber, da müssen die Brüder Schneider, die hier aus dem Schwarzwald sind, so heißen die, die sind Tischtennis-Cracks und die müssen auch steppen und alles Mögliche. Auf jeden Fall haben wir erstmal Tischtennis gespielt und dann haben wir Glück gehabt, die wollten es also machen und wenn du natürlich mit Lars und Bjarne losziehst und andere Schauspieler in Deutschland fragst, habt ihr Bock mitzumachen im Gepäck, ein echt super Drehbuch vom Olli, dann kommt einer und dann kommt die nächste und so baut sich das dann eigentlich relativ schnell zusammen und wir, ja, so. Das heißt, das Drehbuch hast du gar nicht geschrieben im Kopf schon mit Lars und Bjarne in den Hauptraum? Jetzt? Natürlich, ich habe es immer nur an Lars und Bjarne gemacht. Ich hatte beim Schreiben nicht direkt an Lars und Bjarne gedacht, es gibt immer so ein bisschen so eine Vorstellung an Bjarne, habe ich manchmal gedacht, aber es war... An Lars habe ich ganz viel gedacht. Nee, die Sache ist einmal klar gewesen, als es dann vor einem lag, man legt sich ja beim Schreiben nicht fest im Kopf, dass es der und der sein muss, sondern dann hat Nina das hingelegt und dann war es klar, dass es das sein muss. Das war sozusagen auch eine Bestätigung von dem Gefühl, was ich und was Markus hatten, aber es war nicht, dass ich schon die ganze Zeit dachte, es müssen Lars und Bjarne sein. Lars... Es ist bloß besser als alles, was ich mir vorgestellt habe. Es ist ja auch immer total doof, wenn die es dann nicht spielen. Du hast dann jemanden im Kopf und der macht es dann nicht. Ich hatte zum Beispiel mal ein Angebot für einen Film und das habe ich so auf dem Boden liegend im Garten bei meiner Frau in Mannheim gelesen und da ging es um die Hauptrolle und dann bin ich aufs Klo gegangen und als ich wiederkam, war das ganze Textbuch weggeweht und auf der letzten Seite war ein Bild von Marc Waschke und da stand drauf, so könnte unser Held aussehen und die wollten eigentlich Marc Waschke. Aber du hast die Rolle trotzdem... Nee, ich habe es dann nicht mal weitergelesen, weil ich so gekränkt war davon. Aber zum Beispiel war es so, dass vor dem Drehbeginn saß ich mit Sandra Hüller da und dann hat sie mich das auch gefragt, ob das von vornherein für Lars und Bjarne geschrieben war und dann meinte sie, irgendwie nicht und dann meinte sie, das kann nicht sein, weil als sie es gelesen hatte, war sie sich hundertprozentig sicher, dass es für euch zwei geschrieben wurde. Lars, kannst du überhaupt Tischtennis spielen oder faket ihr das in dem Film? Tischtennis kann ich tatsächlich sehr gut spielen, konnte ich auch schon vorher gut spielen, aber das Interessante war, wir sollten wirklich so unter professionellen Bedingungen spielen oder man sollte den Jungs ansehen, dass sie nicht so freizeitmäßig spielen, sondern richtig mal im Verein gespielt haben und das konnte ich nicht und das konnte weder Bjarne noch ich und da wir uns beide für sehr gute Tischtennis-Spieler halten, war das dann schwer uns zu überzeugen, die ganze alte Technik über Bord zu werfen, weil es ist tatsächlich so, ich habe halt eigentlich Tennis gespielt und ich kenne es halt so, die Vorhand spielt man mit dem linken Bein vorne und die Rückern mit dem rechten Bein vorne und die Tischtennis-Spieler stehen aber immer mit dem linken Bein und spielen eigentlich alles nur so und auch nicht diese große Auswahlbewegung, aber wir hatten da super Trainer, der eine ist der ehemalige Trainer der Damen der USA, der hat die für Olympia trainiert und für die Weltmeisterschaft und der andere ist Nummer drei, glaube ich, in Deutschland in seinem Jahrgang oder überhaupt oder das war schon, das war toll, mit dem Steppen hatten wir mehr Probleme, also wir mussten auch Steppen lernen für den Film und ich weiß nicht, jetzt sind wir ganz stolz, weil es so toll geworden ist, aber ich finde Steppen ist auch so wie so ein Schauspieler-Klischee, so steppende Jungs, also ich weiß, es hat irgendwie erstmal keinen Sex, finde ich, und in diesem Steppstudio in Steglitz im Keller, wo dieser Typ dann immer, der war halt immer, schon wenn wir reinkamen, super aufgedreht, der hatte halt so eine komische Überenergie, so, hey, ihr müsst dann auch das Ding verkaufen, und Bjarne und ich, wir hatten halt überhaupt keinen Bock auf Steppen und Bjarne meinte noch so, er hofft, dass es rausfliegt und so, er hatte auch kein Talent, hatte aber seine eigenen Steppschuhe dabei, also Bjarne hatte da irgendwie schon, Aber die waren zwei Nummern zu klein. Ja, die wurden dann auch ausgetauscht. Und dann das große Drama war, dass wir uns da echt durchgekämpft haben, und ich glaube, der erste Moment, wo ich so ein bisschen Glauben an die Nummer gefasst habe, war tatsächlich, und meistens ist es ja eher umgekehrt, als wir uns, als es jemand mit dem Handy gefilmt hat, ja, und ich gemerkt habe, wow, das sieht ja echt toll aus, und gerade wir machen so ziemlich viel synchron, und das ist echt beeindruckend, wenn du so zwei Jungs siehst, die synchron tanzen, dann war aber das große Drama, dass wir diese Nummer ewig vorbereitet haben, ewig trainiert haben, und dann haben wir das gedreht, und an dem Abend im Schwarzwald, auf so einem angemieteten Platz, wo so eine Bühne aufgebaut war, hat es die ganze Nacht in Strömen geregnet, und wir konnten eigentlich immer nur so diese Mini-Löcher nutzen, wo es gerade mal nicht geregnet hat, und man war die ganze Bühne, wir haben auch auf dem Tisch getanzt, alles nass, spiegelblank, wir konnten gar nicht unsere Leistung abrufen, und wir waren so frustriert, am Ende sieht es halt echt zum Glück toll aus, aber es war ein echtes Drama, weil ich mache da zum Beispiel so einen Sprung, das habe ich mal früher in einer Disco trainiert, und kann es bis heute, und zwar kann ich so, ich kann so durch, könnt ihr es sehen? Ja. Also ich kann so durchspringen, ich kann es jetzt nicht machen, aber so, ich kann so rausspringen und wieder rein mit dem Bein. Warum kannst du es jetzt nicht machen? Weil die Hose zu weit ist, ich müsste die ausziehen. Ja, wir sind im Livestream. Aber allein der Trick, der hat mich echt viel Überwindung gekostet, weil wenn es spiegelblank ist und so, man will sich ja auch nicht verletzen, aber alleine um das zu sehen, muss man sich den Film anschauen. Immerhin. So ein Film ist ja auch immer eine Behauptung, in diesem Fall ist die Behauptung, dass ihr seid das Brüderpaar, also ihr seht euch augenscheinlich auch ähnlich. Er ist ein bisschen dick und doof, aber in einer Person von Bjarne. Aber war klar, das klappt von Anfang an mit euch beiden? Musstet ihr euch irgendwie neu kennenlernen? Weil ihr habt vorher, glaube ich, nichts zusammengedreht. Nee, es war wirklich so, dass wir uns, glaube ich, wirklich, also Bjarne hat es zumindest mir gegenüber so gesagt, dass wir uns beide gefreut haben auf die Arbeit, weil wir uns immer so aus der Ferne kannten, aber nie kennengelernt haben. Und dann, ich weiß nicht, es ist ein bisschen so, wie wenn jemand sagt, ey, den musst du unbedingt kennenlernen, der ist dir total ähnlich. Und dann sieht man denjenigen, und dann ist man erst mal enttäuscht. Man ja selber denkt, man sieht viel besser aus. Deswegen ist wahrscheinlich so, weder Bjarne noch ich fühlen uns davon großartig geschmeichelt, dass es heißt, er hätte Ähnlichkeit mit dem jeweils anderen. Aber es war eher so, und das fand ich schon erstaunlich, das ist wirklich die Leistung von der Casterin Nina Hauen, weil wir hatten dieses eine Arbeitstreffen, aber dass es so gut funktioniert hat, und das ist echt, und das ist ein großes Wort, aber so eine Form von Liebe. Entstanden ist zwischen uns. Also so eine tiefe Zuneigung, und man konnte Spaß miteinander haben, und ich glaube, das ist so der große Trumpf des Films, und da bin ich so glücklich, dass uns das gelungen ist, weil im Grunde ist es so ein Feel-Good-Movie, also ein Road-Movie, wo zwei Jungs losfahren und Spaß haben. Aber es gibt dann auch zwei, drei Momente, wo es echt einschlägt, und wo es dann auch ein bisschen traurig und tragisch wird. Und ich habe so das Gefühl, das ist erstens so der Trumpf von guten Schauspielern, und zweitens muss man dann einfach das Glück haben, dass man zwei findet, die sich aneinander vertrauen, und wo das dann geht, und die das zulassen. Und dadurch bleibt der Film nicht oberflächlich, sondern ist dann ab einem gewissen Punkt und auch richtig tiefgründig. Wir wollen ja auch so ein bisschen auf die Mechanismen gucken, also Behind-the-Scenes gucken, wie sowas funktioniert, und wenn du jetzt sagst, es gab ein Arbeitstreffen mit der Casterin, ist das dann ein Konstellations-Casting? Wie funktioniert sowas? Wie geht sowas ab? Nö, es gab kein Treffen mit der Casterin, sondern wir haben uns, also Olli und ich, eben mit Lars und Bjarne getroffen und haben einfach so zwei Szenen ausprobiert, wie das so funktionieren kann, und wie wir uns finden, und wie wir es machen wollen würden. Und das war das. Also wir haben Raum gemietet und haben halt so ein bisschen... Und wir haben Tischtennis gespielt. Und wir haben Tischtennis gespielt. Wie gesagt, haben wir einfach anderthalb Stunden Tischtennis gespielt und dann wurden noch zwei Szenen gemacht, aber wir haben die ganze Zeit Tischtennis gespielt. Das ist auch zum Beispiel interessant, weil Bjarne und ich, wir sind auch ähnlich ehrgeizig. Und es war schon gut, sich zu treffen und Tischtennis zu spielen, weil jeder natürlich unbedingt gewinnen wollte. Wer ist der Bessere? Was? Markus und ich. Ich bin besser. Viel, viel, viel besser. Die Frage war nicht, wer ist besser zwischen Lars und Bjarne, sondern sind Lars und Bjarne gemeinsam besser als Markus und ich? Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir gewinnen werden, weil ich auch dachte, dass ich ein guter Tischtennisspieler bin, wusste aber nicht, dass die so ehrgeizig sind, dass die mussten gewinnen. Es war so klar, dass die es nicht locker gelassen haben. Ich finde es so interessant auch vor dem Hintergrund, dass Markus hat mich neulich beim Synchron gefragt, sag mal, legst du eigentlich Wert darauf, dass dein Name als Erster da steht bei dem Film? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und da meinte Markus, ja, das meinte Bjarne auch. Ich finde es halt gut, wenn man so offensiv damit umgeht. Es wäre doch Quatsch jetzt zu sagen, ist mir egal. Also es ist übrigens auch noch nicht entschieden. Ich weiß gar nicht, wie wir es... Ich wollte gerade... Da müssen wir gleich noch drüber reden. Müssen wir am Ende Tischtennis drum spielen? Markus, wie wird sowas entschieden? Es wird dann schon entschieden. Wir reden ja ganz offen miteinander und jetzt kommt dann die nächste Runde. Okay, ich merke, es ist ein... Ich habe so eine Marktforschung gemacht. Oh Gott. Oliver und Markus, das ist, wenn ich richtig informiert bin, die erste Zusammenarbeit oder die erste eigene Produktion eurer Produktionsfirma. Warum habt ihr das gemacht? Also es ist erst mal ziemlich selten, dass man ein Buch entwickelt ohne eine Produktionsfirma. Eigentlich ist es in Deutschland so, es gibt eine Produktionsfirma, die hat Autoren, mit denen sie zusammenarbeitet, dann haben die eine Idee oder der Autor eine Idee und dann macht man das, weil man ja bezahlt werden will. Und so ein Entwicklungsprozess dauert Zeit und wenn man dann gar nichts dafür bezahlt kommt, denkt man sich, wäre ja schon gut, wenn eine Produktionsfirma da ist. In dem Fall war es aber anders, weil ich in Sri Lanka am Strand saß und irgendwie Zeit hatte, mich aber irgendwie auch gelangweilt habe und dachte, ah, diese Idee, die gab es ja schon mal und dann fing ich einfach an zu schreiben und dann habe ich Markus getroffen, irgendwann mal und habe ihm davon erzählt und Markus meinte, das ist ja super, weil die ist eine Geschichte, die auch persönlich mit ihm zu tun hat. Wann kannst du das Drehbuch schreiben? Und ich meinte, ich habe schon geschrieben, du kannst es irgendwie mittenächste Woche haben und dann gab es halt dieses Buch schon und noch keine Produktionsfirma und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt, lass uns so lange, wie wir können, selber auf dem Sattel sitzen oder selber die Zügel in der Hand haben und irgendwie wurden wir dann nie sozusagen runtergedrängt. Es war immer so, dass wir irgendwo hinkamen und uns die Leute gefragt haben, der Verleih zum Beispiel, wer ist denn der Produzent? Und wir haben dann gesagt, naja, irgendwie dachten wir vielleicht so und bis wir dann rausgekommen sind, vielleicht wir und alle immer so, okay, ist ja super und dann ist uns so aufgefallen, dass es offensichtlich geht. Wir haben uns bloß ganz, ganz, ganz viel Hilfe geholt, von Co-Produzenten, von Leuten, die Erfahrung hatten, die uns da beraten haben oder die uns mit den Zahlen geholfen haben, weil es gibt bestimmte Dinge, die können wir einfach nicht, die kann man nicht auch einfach so aus dem Hut zaubern. Wann seid ihr dann mit ins Boot gekommen von Sony? Also ich habe das Gefühl, sehr früh eigentlich. Wir haben das Drehbuch in einer, ich weiß nicht wievielten Fassung bekommen und dann war sofort klar, dass wir dabei sein wollen. Dann wurden uns auch diese zwei DIN A4-Bilder vorgelegt in unserem Konferenzraum und gesagt, das finden wir ja hammernd. Marc Waschke. Genau. Marc Waschke und Bjarne. Marc Waschke und Bjarne. Marc hatte keine Zeit und haben gesagt, na gut, dann nehmen wir doch Lars. Das heißt für, ist das entscheidend, was ist das Entscheidende? Ist es das Drehbuch, ist es der Cast, die Gesamtkonstellation? Das ist eigentlich die Gesamtkonstellation. Also es sind natürlich die Filmemacher, die ja auch mit Sony schon eine Geschichte haben, weil auch schon Friendship gemeinsam gemacht und rausgebracht wurde und dann ist es halt einfach ein fantastisches Buch gewesen. Toller Regisseur, tolle Besetzung. Also es klingt immer so, als würde man das über jedes Projekt sagen, aber das ist einfach wirklich eine große Liebesgeschichte. gewesen, so ab dem ersten Tag irgendwie. Das ist nicht besonders brisant oder so, aber so war es halt. Markus, was hat das Drehbuch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun? Also ich hatte den Olli, also ich war, so lange, das dauert jetzt ja. Aber er hat es angesprochen. Er hat es angesprochen. Nee, nee, also ich versuche es mal kurz. Erzähl es ruhig. Schon als 18-Jähriger hatte ich mal, oder ich fange noch früher an. Ich habe mir, nee, was ist das? Mit 15 habe ich Mofa-Führerschein gemacht und dann war ich total verknallt in so einem Mädchen und meine Vision war, dass ich mir einen Mofa mit einer Sitzbank kaufe, nicht mit so einem Sattel, sondern Sitzbank, weil ich dann morgens sozusagen mit der vorbeifahren kann und die dann mitnehmen kann zur Schule. Und dann bin ich los und ein Kumpel, also von meiner Schwester, der kannte sich aus, der war mit dabei und ich hatte mich aber total verliebt. Das war eine orangene Zündab ZD25. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich hatte auf jeden Fall hinten eine Sitzbank und ich stand davor und war klar, das ganze Konfirmationsgeld geht da rein, also sie wird gekauft. Dann meinte er aber noch, ja, das ist aber nicht gut technisch, sollst du nicht kaufen, ist mir scheißegal. Und die Moral von der Geschichte war dann eben, dass ich dieses Mofa gekauft habe, sie nie mitgefahren ist und ich immer geschoben habe, wenn es geregnet hat. Also, es ist tatsächlich so. Und diese Story habe ich dann mal irgendwie, weil ich dieses Mofa geliebt habe, hatte ich dann mal selber gedacht, Mensch, da war ich dann nochmal anders verliebt in Italien und wie wäre es denn so eine Geschichte über so einen jungen Typen, also damals eben 17 oder 18, der mit dem Mofa loszieht um diese Liebe in Italien und mit dem Mofa über die Alpen fährt. Dann lag sie ewig rum und dann habe ich es wieder entdeckt und dann war ich viel, viel, viel älter und dann dachte ich, ach, derselbe Typ vielleicht, jetzt ist er halt älter, findet sein Mofa wieder, irgendwie so. Und so, solche Versatzstücke von Ideen habe ich dann dem Olli eben irgendwann mal erzählt vor vier oder fünf Jahren und dann kam er halt vor zwei Jahren plötzlich, du, ich habe das mal so umgeschaut, also ich habe es jetzt mal gemacht, ne, so. Und das war natürlich total geil und das ist, und Bjarne hat tatsächlich so eine Backstory jetzt mit dem Tänle, Sandra Hüller und das ist praktisch seine Backstory so ein bisschen, dass er sie nie mitgenommen hat. Und er fährt auch auf einer Zünder ab ZD25 in Orange. Felix, hier sitzen auch ganz viele Leute, die nicht aus der Filmbranche kommen und wenn man jetzt sagt, Felix ist Produktionsleiter, dann fragen die sich erst mal, was macht ein Produktionsleiter eigentlich? Na, ich bin für die ganzen Geschichten da, die eigentlich nicht so spannend klingen. Ich bin zum Beispiel dieses kleine Element, das, wenn man im Regen steht, mitten in der Nacht, den Produzenten ausrechnen kann, was es bedeutet, wenn man um halb vier abbricht und nicht erst um halb sechs und stattdessen noch einen Tag dranhängt oder sagt, wir machen das doch ganz viel anders. Also ich kümmere mich im Endeffekt um die Details. Wann komme ich rein? Die Produzenten brauchen irgendjemanden, der das Drehgeschehen betreut. Ich würde mich da als den Angelpunkt in der Durchführung bezeichnen. Das geht los bei dem einzelvertraglichen quasi Anstellen von den Teammitgliedern. Das heißt, du verhandelst auch mit Lars? Ich verhandle zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den Teammitgliedern. Es gibt immer das Package. Mit dem Package geht man zum Verleiher. Das Package sind die wichtigen Leute. Da gehört ein manchmal angestellter Regisseur dazu. Da gehört ein Auto dazu. Da gehören die wichtigen Hauptrollen dazu. Und dieses Package ist nicht mein Handlungsbereich. Alles, was danach kommt, ist quasi eine Größenordnung, die man dann um die ich mich dann kümmere. Kamera, Kameraassistent, Gloader. Da kommen 60 Positionen, die verhandelt werden müssen. Das macht alles Felix. Ja, und dann musst du natürlich also die ganze Zeit gucken, dass das Geld, was wir jetzt gesagt haben, was das jetzt kosten soll, da gibt es einen KV sozusagen. Und Felix muss eigentlich dauernd wissen, sind wir noch im Budget oder nicht. Er muss also die ganzen Sachen ständig kontrollieren eigentlich beziehungsweise sehr kreativ. Ich finde es einen wahnsinnig kreativen Job, weil man wahnsinnig toll mit Menschen sein muss, während man im selben Moment sagt, das kriegst du nicht. Und das ist eigentlich die größte Kunst bei der Sache, weil es gibt eben Produktionsleiter, die machen das knallhart und dann muss man das auch so schlucken und dann sind sie meistens die Buhmänner. Sehr oft sind Produktionsleiter die Buhmänner. Und beim Felix ist es anders, wie wir euch vorstellen können. Vielleicht begreife mich da auch anders. Es ist im Endeffekt so, dass wir haben, die Produzenten haben sich angestrengt, dass sie so und so viel Kohle an den Start kriegen. Und im Endeffekt können wir sagen, wir sind total frei, wie wir das ausgeben. Aber wir wissen, dass bestimmte Entscheidungen bestimmte Konsequenzen haben. Und dann, wenn man die eine Sache dringen will, dann muss man an der anderen streichen. Und dass man das möglichst frei jongliert, sage ich mal, um auch auf bei einem Roadmovie gerade Schwankungen reagieren zu können. Das ist eigentlich die spannende Aufgabe beim Tetris. Das heißt, du bist dann auch hauptverantwortlich während der Drehzeit. Ich stelle mir das gerade bei einem Roadmovie sehr, sehr schwierig vor als Produktionsleiter. Kannst du ein bisschen davon erzählen, war es eine große Challenge oder wie bei jedem anderen Film auch? Es ist anders. Das Spannende ist, dass man immer dasteht und sagt, okay, was sind die wichtigen Eckpunkte bei dem Film? Bei diesem Film war es für uns sozusagen, wir wollen diese Reise erzählen. Und was bedeutet es, um diese Reise zu erzählen, obwohl wir Fiktion machen, war es für uns wichtig, wirklich auch zu diesen Orten zu fahren, weil man das durchsieht bei allem Schein, den wir erzeugen können. Und dann haben wir gesagt, okay, das bedeutet, wir müssen wirklich unterwegs sein und sehr intensiv unterwegs sein. Im Endeffekt haben wir wie ein, also in sehr extremer Art und Weise unser Sach gepackt und sind dann von Baden-Württemberg bis nach Ostholstein an die Ostseeküste gefahren. Und wir hatten bis zur Buchhaltung alles dabei. Das ging in dem Fall, weil wir eine sehr kleine Firma waren. Wir haben quasi nichts zurückgelassen. Olli, eigentlich war als Produzent dabei, es gab keinen, niemanden, den wir zurückgelassen haben. Wie viele Menschen sind das dann, die da auf Reisen gehen insgesamt? Na, standardmäßig waren es immer die 60 und das schwankt dann natürlich nach oben bis auf 80 und so weiter von Leuten, die man vor Ort rekrutiert oder für Tage einfliegt oder so jetzt nicht zu sprechen. Super, jetzt haben wir die Möglichkeit. Ja, klar. Weil mich das so schwer beeindruckt hat, dass der Felix am ersten Tag gibt es immer so ein Warm-up, da trifft man sich. Da hat sich der Felix hingestellt, das habe ich noch nie erlebt und da sitzen alle 60, nicht alle, aber doch alle 60, die Mitglieder sitzen da und dann hat der jeden Einzelnen mit Namen vorgestellt und was der eine Funktion hat. Das fand ich schon und ich glaube, so etwas macht sich am Ende echt bezahlt, wenn die Leute sich dermaßen gemein fühlen und wissen, dass man sie kennt und dass man sie mit Namen weiß. Die meisten Schauspieler, die ich kenne, die kennen vielleicht den Namen vom Regisseur und von der Maskenbilderin. Also es hat mich schwer beeindruckt. Ich glaube, es macht echt viel aus und das vergisst man ja oft am Ende von so einem Film, wie sehr so eine Atmosphäre noch in das reinspielt, was dann am Ende auf der Leinwand zu sehen ist. Du wolltest dazu noch was sagen? Ich wollte bloß sagen, dass er es geschafft hat, diese 60 Namen in ungefähr sieben Minuten mit Funktion vorzustellen. Das war wie aus, dass man dachte, wie kann man den Text so fehlerfrei, so durchbrettern, lustig und informativ. Das, obwohl ich normalerweise stottere. Also jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben Mikrofone im Saal. Einfach nur die Hand heben und dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Traut sich schon jemand? Ja, hier. Hallo, ja. Guten Tag, mein Name ist Oliver Burkent. Ich bin selber Regisseur und ich wollte fragen, wie habt ihr es geschafft mit so einem, das klang so wie Passionsprojekt, so würde ich mal sagen. Und wie schafft ihr es mit so einem Passionsprojekt und dann gerade nochmal irgendwie mit keiner Produktionsfirma dann bis zu Sony zu geraten? Also wie habt ihr euch selber jetzt den Erfolg klären können? Naja, also das war zwar eine frische Produktionsfirma, aber der Olli und ich, wir haben halt schon ein paar Filme auch gemacht gehabt vorher und wir hatten eben einen auch mit Sony zusammen gemacht. Wir haben ja zwar nicht produziert, aber Olli hat geschrieben und ich habe Regie gemacht. Das war Friendship und das war das mit Matthias und Friedrich Mücke, zwei Ossis quer durch Amerika. Das war eine sehr erfolgreiche Einzeitung. Wir hatten eben auch schon eine gute Zeit und eben, ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, wie das so kommt. Also wir hatten halt ein gutes Buch und wir haben schon ein paar Filme gemacht und haben einfach gedacht, wir fragen mal, weißt du so. Ja klar, also Olli und ich waren halt sozusagen und das Buch und dann sind wir mal losmarschiert. Das war eben, das war jetzt nicht groß geplant. Wir wollten einfach nur mal gucken, was passiert. Bitte? Ja. Aber ich glaube, man denkt immer, dass die Türen so verschlossen sind, aber dann sitzt man da mit, ach so, okay. Nein, am Ende ist es so, ihr sehnt euch auch nach Büchern. Wenn ein Buch kommt und das Buch super ist, dann ist das gar nicht so eine wahnsinnige Rolle. Natürlich spielt es irgendeine Rolle, ob jemand noch nie was gemacht hat oder nicht, aber erst mal zählt die Idee des Projekts und wie man sich das vorstellt und dann das Buch oder wer das alles spielen sollte und wenn das in irgendeiner Form fett ist oder Sony interessiert, dann ist da die Tür offen, würde ich sagen. Ja, und das ist auch so, wir haben, also das, was du vorhin meintest, man geht mit einem Package zu einem Verleih und stellt es dann vor, das Package war halt in dem Moment, als ihr zu uns kamt, noch relativ klein und wir haben das dann irgendwie gemeinsam gestaltet von vornherein und das macht halt auch viel aus, weil wir natürlich dann von Anfang an die Möglichkeit haben, auch zu sagen, ah, das finden wir super, das finden wir vielleicht nur halb super, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen und dann formt man so ein Projekt auch einfach gemeinsam. Wir müssen noch einmal aufs Mikro warten, sonst versteht man dich auch nicht im Stream. Ja, das ist... Ja, ja, oh, stimmt, du hast recht. Aber das kleinste Package, wo ihr dann mit zur Sony seid, da waren ja schon die Lead Worlds inkludiert, also... Da war wer schon inkludiert, Entschuldigung? Also Lars Eidinger und Bjarne Medel, das waren dann die Schlüssel, die die... Ja, ich glaube, das Buch haben wir gelesen, bevor die zwei als Ideen bei unserer Konferenz zu schlagen. Aber da waren natürlich Olli und Markus einfach auch schon dabei und die stehen halt auch für eine ganz besondere Art von Film und ja, dann ist das... Also bei uns eigentlich fast immer das Buch, was uns überzeugt. Markus und Olli, ihr habt, ich glaube, fast alle Filmförderungen, wenn nicht alle, in Deutschland bekommen. Jetzt muss man... Wie die auf der Reiseroute waren. Wie die auf der Reiseroute waren, genau. Das muss man vielleicht erklären, man dreht dann auch an den Orten, wo man Filmförderung bekommt. Das Ding ist, dass man, dass man, wird auch Christen, was dazu sagen, es gibt Effekte, wenn man Förderungen einreicht. Du willst einen bestimmten Betrag, aber damit verpflichtest du dich auch, einen bestimmten Betrag auszugeben. Das ist in manchen Bundesländern, wo man zum Beispiel wohnt oder wo die Produktionsfirma ist, leichter, weil da automatisch Werte generiert werden, aber in anderen ist es schwieriger. Und das zu timen, fünf Förderungen so hinzukriegen, dass man bei jeder Förderung die Effekte erzielt, das ist ein Puzzle gewesen. Das ist ganz schön gar nicht so einfach, dass das tatsächlich funktioniert. Ist es nicht beim Roadmoo wie leichter? Ja, frag mal den Felix, wie leicht das gewesen ist. Man fährt dann einfach in den Bundesländern vorbei. Stimmt, aber wie viel Geld gibt man dann da immer aus? Das ist so, am Ende sozusagen sind Reisekosten und Hotelkosten gar nicht so unglaublich viel. Also wenn du 100.000 bekommst und dann aber dort niemanden hast, der so als Funktion herkommt und du musst das alles über Reise- und Hotelkosten ausgeben, du gibst nicht 300.000 in, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen aus, wenn du dort drei, vier Tage drehst. Zumindest wir haben nicht so gewohnt, dass wir das da ausgeben und dann muss das auf eine andere Art und Weise gemacht werden. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wenn nicht, dann ja, wir haben hier vorne noch eine und dann noch die und dann haben wir so. Ich habe mal eine Frage, wie fix ist so ein Drehbuch, wenn man in den Dreh reingeht und welche Rolle spielt dabei der Schauspieler noch, wenn er so ein Drehbuch liest? Hat er noch Einflussmöglichkeiten? Verändert sich ein Drehbuch noch während der Arbeit? Wollt es der Regisseur oder der Autor beantworten? Es gibt so unterschiedliche Perspektiven da drauf. Oder der Schauspieler beantwortet das, genau. Also wenn du, also klar, du hast ein fixes Drehbuch auf jeden Fall. Wenn du in den Dreh reingehst, dann ist es tatsächlich so, kommt auf das Projekt an. Bei dem Projekt war es auf jeden Fall so, dass wir uns ziemlich genau daran gehalten haben, weil es einfach zu gut war. Also Lars, du fandst, zum Beispiel, ganz oft ist es ja auch so, also bei mir zumindest vorher auch, dass man bestimmte Dialoge dann nochmal selber anpasst auf die Haltung der Rolle, wer das auch spielt, damit sie sehr authentisch rüberkommen. Das heißt, du behältst den Inhalt, aber du wirst dich vielleicht anders ausdrücken. Bei uns war es jetzt aber so, dass du, du kannst ja vielleicht mal sagen, dass die Lines, die dann so waren, also Ollis Dialoge, die sind dann auch genau so, wie sie da stehen. Und also du gehst sehr fix mit so einem Buch eigentlich bei uns, jetzt sind wir da reingegangen und wir haben aber dann, ja, oder? Ja, also da arbeiten alle Schauspieler eigentlich anders, oder es gibt dann gewisse Regisseure, die einem da mehr oder weniger Freiraum einräumen, aber ich glaube, bei Bjarne und mir war es so, dass wir sehr an den Autor glauben, ja, und dass ich, bei Shakespeare sage ich auch nicht, ja, das sage ich dann irgendwie so, wie ich das halt sagen würde, ja, da sage ich ja auch nicht, ich muss irgendwie, nein, aber ich glaube, also ich glaube, ohne an, also ich finde, Oliver Ziegenbeck und William Shakespeare kann man schon in einem Atemzug nennen, nein, aber ich glaube, ich glaube daran, dass er sich zu jedem Satz was gedacht hat und auch über die Art der Formulierung charakterisieren sich auch Figuren und wenn ich es immer nur sage, so wie ich es halt sagen würde, dann spiele ich halt auch immer nur mich selbst und das dann manchmal auch zu knacken oder zu verstehen, wenn man erstmal Schwierigkeiten hat, einen Satz zu sagen und dann nicht sofort seinen eigenen zu erfinden, sondern zu sagen, ich versuche mal zu verstehen, wie die Figur dahin kommt, das hilft mir immer, um die Figur überhaupt zu verstehen, ja, und dann ist wiederum die Kunst oder das ist dann immer das größte Kompliment, ich hatte das auch schon mal bei einem Film, den ich mit Maren Ade gemacht habe, alle anderen, da kamen nachher alle zu mir und meinten, also alle anderen kamen dann zu mir und meinten, sag mal, das habt ihr aber komplett improvisiert, die Texte, ja, und da ist halt jedes Wort, wenn man sich den Spaß macht und hinsetzt mit dem Drehbuch, steht jedes Wort so aufgeschrieben und das ist dann eher so der Ehrgeiz oder Disziplin für den Schauspieler zu sagen, ich verkaufe die Sätze, die aufgeschrieben sind, so als wenn sie mir gerade einfallen und das geht aber mit guten Drehbüchern auch besser, so, ich konnte die Texte zum Beispiel wahnsinnig schnell lernen, das finde ich auch immer ein Kriterium, dass es ein gutes Drehbuch ist oder gute Dialoge, man versteht dann irgendwann, wie eine Figur denkt und wie sie sprachlich tickt und dann lernen sich die Texte ganz schnell, aber wir waren da, manchmal sagt man einen Satz noch hinterher, so aus Spaß oder zwischendurch oder da gibt es so einen Satz, ich habe es jetzt im Synchron gesehen, da habe ich dann zu so Kindern im Auto gesagt, pass mal auf mit den Krümeln, das habe ich aber nur so und das fand der Markus dann gut, da musste ich aber im Synchronstudio, weil wir aus dem Schwarzwald kommen, pass mal auf mit den Bröseln sagen, also wer jetzt den Film sieht, kann mal darauf achten, mein Mund sagt, aber Brösel wird draufgesprochen, aber das war dann halt ein Satz, der stand nicht im Drehbuch und den hat Markus dann aber, das fand er dann irgendwie einen guten Moment. Oft ist es natürlich auch so, wenn du so ein Buch schreibst und dann budgetierst du das und dann glaubst du, dass das alles geht, dann versuchst du, das ist dann irgendwann mehr oder weniger gelockt und dann kann jeder den Satz sagen, der im Drehbuch steht oder es kann auch jede Regieanweisung, die da Größenordnungen von verschiedenen Bildern da definiert auch stattfinden und wir versuchen dann, solange es geht, das Buch des Seins zu lassen und dem gerecht zu werden und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann ans Buch geht, ohne dass man es merkt, ans Buch zu gehen, also an Dinge zu kratzen, Beispiel, wenn wir schon bei der Stepptanznummer sind, geht es um eine Größenordnung von einem Weinfest und natürlich wäre es wunderbar gewesen, ein ganz großes Fest da zu haben mit 2000 Komparsen über zwei Nächte, dass das alles Geld kostet, ist jedem klar und dann haben wir uns da angesetzt und gesagt, wie können wir die Geschichte erzählen, wie können wir dem Buch eins zu eins gerecht werden und trotzdem da und da und da in unserem finanziellen Rahmen bleiben. Also da wird es eklig, wenn du das Buch aufgrund von finanziellen Zwängen ändern musst. Es gab noch eine Frage hier in der Mitte, wo war ich, jetzt habe ich den Arm vergessen, hat sich erledigt, dann stelle ich die wahrscheinlich alles entscheidende Frage, wann kommt der Film ins Kino? 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. genau. Langes Wochenende, da haben viele Leute Brückentage, da können viele Leute ins Kino gehen, so hätten wir das gerne. Sehr schön, dann wünsche ich viel Erfolg für den Kinostart und vielen Dank an das Team von 25 kmh. Dankeschön. Danke. Super. So, hier geht es aber direkt gleich weiter und zwar sprechen wir jetzt, wir haben das eben schon ein bisschen angefangen, aber wir wollen natürlich mit den Leuten sprechen, die solche Filme auch finanzieren und deswegen begrüßen Sie bitte ganz herzlich auf der Bühne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie alleine kommt oder mit Team. Hier ist auf jeden Fall die Geschäftsführerin der Filmförderung Medienbord Berlin-Brandenburg, Kirsten Niehus. Ah, doch, sorry, ihr kommt als Team. Sehr schön. Also, wir haben es eben gehört, es ging viel um Finanzierung. Kirsten, wie sieht das von deiner Seite aus? Wie fallen da die Entscheidungen, wie viel und ob ihr einem Projekt Geld gebt? Also, wir sind hier so eine Art Umbaupausen-Band, muss man sich vorstellen. Nein. Doch, doch. Aber tatsächlich, also, bin ich sehr froh, dass wir, was haben Niedersachsen und NRW falsch gemacht? Also, wenn man sich den Trailer anguckt, dann würde ich sagen, haben wir in dem Fall richtig gefördert. Also, man sagt auf jeden Fall, ihr kriegt nur dann Förderung, wenn ihr nicht scheiß Niedersachsen beziehungsweise scheiß Brandenburg oder Berlin sagt. Ganz, ganz wichtig. Und wie war die Frage, wie wir fördern? Genau, wie der Entscheidungsprozess ist. Was darf für Kriterien eine Rolle spielen? Das Ganze fängt in der Regel so an, also deshalb sind wir hier zu dritt und sozusagen in so einer Sandwich-Position, weil das mache ich natürlich überhaupt nicht alleine und ganz wichtig ist es, dass man vorher mit den Förderreferenten spricht. und dir hat das Team von 25 kmh zuerst gesprochen und mit dir das Team von 8 Tage, so fängt das nämlich an, dass man mal sagt, was man vorhat. Und zu der Frage, die vorhin, die fand ich sehr gut, wie kommt man eigentlich zu Sony oder wie kriegt man viel Geld von der Förderung, ist es total wichtig, dass man möglichst frühzeitig und möglichst offen Kontakt aufnimmt, weil letztendlich wollen wir alle dasselbe, nämlich gute und oder interessante Filme fördern, wenn es dann einen Unterschied gibt. Und nach diesen Vorgesprächen beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Package und ich glaube, als wir das erste Mal davon gehört haben, waren es doch noch Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, oder? Also deshalb haben wir das eigentlich gefördert von Lars Eidinger und Bjarne Mähl, das war sehr erstaunt jetzt da in dem Trailer. Nein, Spaß beiseite, tatsächlich waren es von Anfang an die beiden und haben uns, das hat uns total überzeugt, einmal von der Besetzung her, aber natürlich auch das Buch, wir haben auch viel schon miteinander zu tun gehabt und dann, wie sieht das wirklich aus behind the scenes bei der Förderung? Wir sitzen meistens, also wir sitzen viermal im Jahr über Förderanträgen, davon dreimal im ersten Halbjahr, also das geht dann Schlag auf Schlag zwischen Antragseinreichung und Förderentscheidung liegen etwa sechs Wochen und in diesen sechs Wochen müssen wir so etwa 60, 70 Drehbücher lesen und deshalb haben wir ein ganz gutes Training da so beim Lesen und man merkt eigentlich auch, welche Sachen als Geschichte erst mal schon mal gut funktionieren und dann besprechen wir uns, zwei, drei Tage sind alle total schlapp hinterher, weil es nicht so einfach ist, aus diesen vielen Projekten eine Entscheidung rauszufinden. Das ist jetzt nur mal so der äußere Prozess. Wir gucken auch noch mal ein bisschen genereller vielleicht auf die Förderung, also ihr fördert nicht nur Kinofilme wie 25 kmh, sondern zum Beispiel auch die Serie, über die wir gleich sprechen, acht Tage. Als Außenstehender gefühlt würde ich sagen, Serien werden immer wichtiger und immer mehr. Geht das zu Lasten der Kinofilme oder gleicht sich das aus? Wundersame Geldvermehrung. Naja, das eine, was man tut, das andere, was man lässt. Aber das Erstaunliche ist ja, insofern würde ich das gar nicht in so einer Nutzen-Lasten-Verteilung sehen, dass ja sehr viele Kinomacher eben Serien machen. Und das ist, finde ich, schon noch mal, wenn wir über Serien sprechen und das macht bei uns maßgeblich Veronika, allerdings auch Oliver. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben ja nicht mit, das weiß ich, wie die das sehen, also wir haben nicht mit Vorabendserien im klassischen Sinne zu tun, sondern wir machen eigentlich mit den Serien, fördern wir Kino auf lange Strecke und natürlich gibt es eine Umverteilung. Also die Serie, die wir fördern, bedeutet, dass wir den Kino, also dass wir einen Kinofilm dann zum Beispiel nicht fördern können. Veronika und Oliver, vielleicht wollt ihr mal erzählen, wie das, man tritt an euch heran, ihr lest ein Drehbuch und dann, was muss dann passieren, damit ihr sagt, damit beschäftigen wir uns weiter? Naja, also als erstes muss es eine gute Geschichte sein. Also ich glaube, das ist immer noch das Zentrale und Wichtige. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, die beiden Projekte, die heute Abend vorgestellt sind, das war von Anfang an, das waren einfach gute Packages. Und zwar beide, auch acht Tage, das jetzt gerade dann nachher vorgestellt wird. Das war von Anfang an, das war Genre, das war eine gute Produktionsfirma, das war ein super Cast, tolle Regisseure. Also das ist das, was man haben möchte auf dem Tisch. Ich hätte beim Lesen des Skripts sofort das Gefühl, ich hole mir auch einen Mofa und fahre einfach mit hinterher. Das war eine sehr schöne Sache. Man hat natürlich auch öfter mal ein Material, was man schon vorher zu sehen bekommen hat. Wir hatten diese legendäre Tischtennis-Szene und die waren wirklich auch sehr überzeugend für uns. Kirsten, noch eine ganz andere Sache und zwar, weil es gerade aktuell so in der Luft liegt, leider, das Medienboard setzt sich auch gegen sexuelle Belästigung ein und fördert, das habe ich gelesen, oder erstattet jetzt die Kosten für Harassment-Beauftragte. Was heißt das konkret? Also es gibt verschiedene Produktionen. Ich glaube, also ich habe davon das erste Mal von einer Produktion, also eine deutsche Produktion, die von Netflix finanziert wird, gehört. Ich bin aber, habe es jetzt mittlerweile auch schon von anderen Produktionen gehört, dass Filmproduktionen, Firmen am Set, auf Deutsch heißen, die dann Ombudsleute, also Männer wie Frauen einsetzt, bei denen sich Menschen, die sich belästigt oder herabgewürdigt fühlen. Es ist nicht nur beschränkt auf eine sexuelle Belästigung, sondern eine unwertschätzende Behandlung, könnte man vielleicht sagen, sich davon betroffen fühlen, dass die eine neutrale Beschwerdestelle haben. Also möglichst nicht der Produzent selber, in der Regel auch nicht der Regisseur selber und das ist interessant, wir hatten heute gerade das Treffen aller Förderer, bis jetzt sind wir die einzigen, die diese Kosten anerkennen und ich habe dann meine Kollegen noch mal gefragt, ob sie da nicht vielleicht mitmachen wollen, dass wir nicht unterschiedliche Abrechnungsschemata haben und weil ich das nach wie vor für ein gutes Konzept halte. Die anderen haben gesagt, sie müssten noch mal darüber nachdenken und wie man nachweisen könnte, ob der oder die Harassment-Beauftragte auch wirklich geeignet sei und vielleicht im nächsten Jahr könnten sie das auch mal in ihren Richtlinien ändern, aber vielleicht auch nicht. Ich fand das sehr unbefriedigend, weil ich glaube, dass man alleine dadurch, dass man das installiert, ein Zeichen setzt, wie sehr man sich dagegen ausspricht, dass es unsachgemäße Behandlungen am Set, das gilt für alle anderen Arbeitsbereiche auch, gilt aber vor allen Dingen da. Also mir ist das sehr wichtig und ich würde mich sehr freuen, wenn die anderen nachziehen. Dann hoffen wir, dass die anderen nachziehen und euch vielen Dank für den kleinen Einblick. Dankeschön. Und jetzt, wir haben es eben schon angesprochen, begrüßen wir ein Team auf der Bühne von einer neuen Serie. Bitte begrüßen Sie mit mir das Team von Acht Tage. Und auch hier machen wir wieder das Spiel. Wir müssen natürlich erklären, wer wer ist. Also Marc Waschke kennen wir, Luisa Graffron kennen wir jetzt bald auch, werden wir gleich sehen. dann Florian Kamhuber, der Producer, Neue Super und Frank Jastfelder, Director Drama Production bei Sky und dann natürlich noch der Regisseur Michael Krummenacher. Habe ich den vergessen? Ah ja, Szenenbild. Entschuldigung, um Gottes Willen. Mir war es schon so. Genau, Christian Goldbeck vom Szenenbild. Und wir machen es genauso wieder. wir gucken uns erst mal ein paar Szenen an. Das ist jetzt kein Trailer, ich sage es vorweg, sondern das sind Szenen der neuen Serie Acht Tage. Michael, wir wissen, es wird blutig, es wird tragisch, aber warum eigentlich? Was passiert da? Die Welt geht unter. Genau, ein großer Komet rast auf die Erde zu und droht die Welt in acht Tagen auszulöschen, soll in Frankreich einschlagen und ist dadurch für Europa insbesondere verheerend. Und das ist schon ziemlich viel Grund, damit es blutig und dramatisch werden kann. Das heißt, in der Serie begleiten wir eine Familie, die versucht zu fliehen oder Unterschlupf zu finden? Um wen geht es? Es geht, im Kern geht es um eine Familie, das ist die Familie mit Marc und Christiane und ihren beiden Kindern, Lena Klenke und Claude Heinrich. Aber es geht, es ist eigentlich ein ziemlich großes Ensemble. Es geht dann um den erweiterten Familienkosmos, um Freunde, Verwandte, ein Ensemble-Film. Und wir haben zwei aus dem Ensemble hier. Luisa, man hat gesehen, du schießt in dem Film. Kannst du ein bisschen was über deine Rolle erzählen? Naja, also es ist eigentlich ganz cool, weil es so eine Frauen- oder Mädchenrolle war, die irgendwie voll, also allein, dadurch, dass eben bald die Welt untergehen wird, sind halt alle so ein bisschen ins Extreme und es ist halt einfach eine Rolle, in der ich total, ich hatte super viel Freiheit darin, also die ist voll das coole Mädel irgendwie und das halt, ach keine Ahnung, wir hatten einfach, es war voll schön, weil man voll viel extreme Szenen, also hat man ja im Trailer gesehen, ich habe eigentlich nur Schreien und Heulen und irgendwelche krassen Szenen, was natürlich für mich als Schauspielerin voll toll ist, weil ich halt einfach, also ich habe gefühlt nur zwei Info-Shots gehabt in diesem ganzen Ding und das kennt man, also als Schauspieler ist ja in der Arbeit hat man oft genug irgendwie so, ja, ich laufe jetzt hier durch und da geht eine Kamera, sieht, dass ich da hinlaufe und das hatte ich halt eigentlich so gut wie gar nicht, sondern ich hatte immer irgendwas voll herausforderndes, was für mich voll cool war und wir hatten auch von der Kamera voll viel Raum, also so körperlich, es gibt ja manchmal Sachen, wo man so sich sehr genau technisch und alles mögliche halten muss und wir hatten voll viel Freiheit darin und das ist natürlich einfach total toll und voll cool und hat super viel Spaß gemacht zu spielen. Aber was für eine Rolle spielst du, also was passiert mit dir, ohne zu spoilern, aber bist du in der Serie quasi? Voll mühe, ich bin schlecht und nicht spoilern. Also ich spiele so ein Teenager-Mädchen und ich bin eben die beste Freundin von der Tochter von Marx, Charakter und mein Vater reagiert so ein bisschen auf dieses Ganze, bald geht die Welt unter, will der sich einen Bunker bauen und ich bin da eher so, reagiere eher so mit, okay, wir wissen nicht, was jetzt passiert, ich muss jetzt richtig das Leben genießen und das hat auch noch ein paar andere Gründe, die ich jetzt aber nicht spoilern werde, aber deswegen ist die so sehr, versucht das zu genießen, was da ist und zu leben und auf Partys zu gehen und irgendwie im Moment zu sein. Marc, deine Rolle reagiert wie, als er erfährt, jetzt kommt ein Meteorit und die Welt geht unter? Naja, der versucht erstmal wie ein guter Familienvater die Familie zusammenzuhalten, dann ist er auch noch Physiker und kennt sich da ein bisschen aus oder meint sich auszukennen und meint die Familie schützen zu können. Was ich überhaupt, als ich die Bücher gelesen hatte, so stark fand, ich meine, wenn man das jetzt sieht, dann denkt man, das ist reiner Action, Halsdurchschneider und Kopfwegballerkram, aber das Tolle ist, also erstmal natürlich bei so einem großen Bogen, wenn man so acht Tage hat und das rückt immer näher, dass man ganz anders in die Tiefe gehen kann und die Figur auserzählen kann und so Pferden legen kann, aber auch vom, was du eben auch schon meintest, so vom Spielerischen her, von dem was so möglich ist, ist es auch ein ganz großes Drama. So, das ist jetzt nicht ein Action-Drama, sondern das ist so beides, also was ich die Chance finde, überhaupt zu erzählen, ist, wie wir auch leben wollen, auch wenn das Leben so komplett da so bedroht ist und der Uli Steiner, wie er heißt, doch ein richtig schöner deutscher Name, nicht wahr? Uli Steiner versucht eben, seine Familie zu retten und was auch ein schöner Twist ist an dem Ding, ist, na ja, weil der Meteorit eben in Südfrankreich einschlagen soll, versuchen alle aus Mitteleuropa abzuhauen und Osteuropa macht die Grenzen dicht. Da geht nichts mehr. Es gibt noch ein paar Schleuser, osteuropäische Schleuser, die, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die uns dann, na ja, die wir teuer bezahlen mit unserem letzten Geld, aber Euro ist auch nicht mehr viel wert, jetzt höre ich gleich auf mit Spoilern, um versuchen rüberzukommen und was vielleicht auch aus Kostengründen zu wenig erzählt, Herr Blütze, ist, dass man natürlich nach Süden, Nordafrika wäre jetzt auch noch eine Option, aber, und, also es ist einfach, ja, das weiße, mittelständische, reiche Europa ist bedroht und es wird zugemacht und es ist, finde ich, ganz stark, das dann, ja, trotzdem aus unserer Perspektive zu erzählen, was ist da für eine elementare, grundsätzliche Bedrohung und wie gehen wir damit um? Florian, ist das entstanden auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und zu sagen, wir drehen das jetzt mal um oder hat das bei der Entstehung keine Rolle gespielt? Das ist tatsächlich purer Zufall, also, weil die Serie, die Entwicklung der Serie viel früher angefangen hat, also schon vier Jahre bevor irgendjemand von der Flüchtlingskrise geahnt hätte bei uns und dass es sich jetzt so zeitlich ausgeht, ist zwar schön, aber es ist auch eigentlich nur so ein erzählerischer Nebeneffekt in der Serie an sich, also, passt ganz gut. Ich kann eine ganz kleine Anekdote erzählen, wir hatten ja Test-Screenings jetzt schon von Rohschnitten der ersten vier Folgen, wo man, also, Fokusgruppen sprechen, nachdem sie vier Folgen gesehen haben mit Personen und man findet so ein bisschen raus, was funktioniert, was irritiert die Leute, was verstehen sie, was verstehen sie vielleicht nicht und da war eine Dame, Frank, du erinnerst dich wahrscheinlich, die total, also die hat die ganzen zwei Stunden ihrer Gruppe eigentlich damit aufgewählt, also verbracht sich zu wehren, dass es nicht sein kann, dass uns Europäer niemand hilft, das geht doch nicht, also, es kann doch nicht sein, dass die Grenzen nicht, also, dass die Grenzen geschlossen werden zu uns, das wird doch nicht, das ist völlig unrealistisch und man hat so, erst haben wir so ein bisschen überlegt, aber man hat gespürt, dass es diese Frau wirklich immer mehr aggressiv gemacht hat und sie hat das immer wieder neu aufgebracht und so und ich glaube, das ist ein ganz positiver Effekt, den wir aber nicht erzielen wollten, aber der jetzt einfach mitschwingt. Du hast was Spannendes angesprochen, ihr macht Fokusgruppen, da erzählen euch dann die Leute, ob sie es verstehen oder nicht, ändert man dann konkret was, wie viel kann man überhaupt noch ändern, dreht man nochmal nach? Also wir hatten ohnehin, das kann man ja glaube ich verraten, jetzt in den letzten vier Tagen nochmal Nachdreh in Berlin und vor allem im Wald und das waren zu 95% Dinge, bei denen wir im Schnitt gemerkt haben, dass wir da noch ein bisschen feilen wollen einfach, wir mussten bis jetzt warten, weil wir ja acht Tage im Sommer erzählen und es ist ein bisschen schwierig, einen kahlen Wald zu benutzen, in dem dann die gute Familie Steiner flieht, deswegen haben wir wieder auf Blätter gewartet und es war dann zeitlich ganz, ganz gut, dass wir jetzt bis zum Feinschnitt warten konnten, also wir sind quasi fertig jetzt mit dem Schnitt und es wurden schon Dinge, die da gesagt, hinterfragt wurden, noch mit einbezogen, aber wenn wir jetzt unser Konzept nochmal umgeworfen hätten, dann hätten wir ein grundsätzlicheres Problem, deswegen, es ist wie es ist. Frank, wart ihr zufrieden mit den Fokusgruppen, also zieht ihr als Sender da auch was raus? Ja, natürlich, in zweifacher Hinsicht, einmal inhaltlich, also weil wir ja wussten, dass wir sowieso nochmal rangehen werden und das nochmal als Rückversicherung und das war eigentlich nur das, was wir für uns sowieso schon definiert hatten, wo wir nochmal ran wollen, was wir noch optimieren wollen und dann ist es natürlich fürs Marketing auch einfach ein gutes Tool, um rauszufinden, was kommt denn bei den Leuten wie an, um dann entsprechend auch die Werbung für die Serie natürlich danach auszurichten. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass die Serie ja acht Tage, das haben wir erwähnt, aber jede Folge wird, soweit ich es verstanden habe, korrigiert mich, jeder Tag ist eine Folge. Genau. Was macht das für einen Regisseur in der praktischen Arbeit? Macht das einen Unterschied? Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, auch bei uns, da waren Drehbücher da, die waren sehr rund in sich und da wurde das auch schon berücksichtigt. Das ist ungefähr so, stimmt der Tagesablauf. Natürlich gab es dann Sachen, die wir uns dann eher für die Umsetzung überlegt haben. Also wie kommt man immer in die Dämmerung? Tageszeiten kriegen plötzlich eine andere Wichtigkeit, wenn quasi jeder Tag, der zu Ende geht, am Ende einer Folge ein Tag weniger ist, bis die Welt zu Ende geht. Also da kommen dann so ein paar konzeptionelle Gedanken mit rein, aber im Endeffekt die Arbeit, auch gerade mit den Schauspielern, beeinflusst das jetzt in dem Sinne nicht, würde ich sagen. Du hast nicht alleine Regie geführt, sondern ihr habt zu zweit Regie geführt. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr da beide hinter dem Monitor und sagt und bitte und der andere sagt und cut? Nee, gar nicht. Es wäre auch schön, vielleicht. Auch ein Modell. Nee, Stefan Ruzowicki war der andere Regisseur und wir haben uns das eigentlich zu 50 Prozent aufgeteilt. Er hat den ersten Drehblock gemacht, ich den zweiten. das bedeutet aber auf die Folgen genommen noch nichts, weil wir haben uns das eigentlich nach Motiven, nach Drehorten aufgeteilt. Das heißt, wir haben das gedreht wie einen sehr, sehr langen Spielfilm. Und damit gingen dann Figurenverantwortungen einher. Das heißt, wenn jemand von uns das Polizeirevier hatte, dann hatte er viel mit dem Polizisten. Der andere hatte aber den Polizisten trotzdem auch, weil der an anderen Drehorten aufgetaucht ist. Natürlich als Antagonist oder als... Das heißt nur zum Verständnis, es gab auch zwei Regisseure innerhalb einer Folge dann? Immer. Also wir haben beide immer mit allen Figuren zu tun gehabt und wir haben beide bei allen Folgen Regie geführt. Und im Idealfall kann man das nicht auseinander dividieren, wer was gemacht hat. Wir haben dazu die ganze Vorbereitung zusammen gemacht. Wir haben alle Rollengespräche, alle Schauspielproben zu zweig gemacht, um uns da irgendwie zu finden. Und halt geschaut während dem Dreh, also als Stefan angefangen hat zu drehen, haben wir relativ oft dann doch abends oder am Wochenende gesprochen, weil er dann meinte, ja, ich habe jetzt die Szene gedreht, schau mal in den Mustern, weil die geht dann ja über in deine Szene. Und so musste sich das irgendwie dann fügen. Und ich glaube, das ist aber ganz gut gelungen. Also trotz auch, zwei Kameramänner waren es auch noch und das Team war aber so als Konstante durchgängig. Und übrigens ein sehr, sehr großartiges Team, weil heute auch ein paar Leute da sind. Muss man auch mal sagen. Florian, warum zwei Regisseure? Also wir hatten 78 Drehtage und man kann sich ja bei einer Fünf-Tage-Woche ausrechnen, wie lange nicht nur die Drehzeit ist, sondern auch, wie lange dann die Vorbereitung, die Postproduktion und so weiter ist. Und da war uns, also uns war von Anfang an klar, dass wir mit mehreren Regisseuren drehen wollen. Wir waren sogar mal bei drei und sind aber letztlich mit den Drehtagen ein bisschen runtergegangen und es ist sich dann am Ende sehr gut ausgegangen, dass es einfach zwei Regisseure sind. Und beim Team dazu noch noch eine Anmerkung, da war es eben so, dass wir eine Mischung, die manchmal sehr mutig war vielleicht, also in der Auswahl getroffen haben, also Michael, der noch nicht wahnsinnig, eine wahnsinnig große Filmografie hat, aber sehr, sehr tolle und besondere Projekte gemacht hat. Zusammen mit Stefan, der schon einen Oscar hat, Kamera-Department war es eigentlich genauso, Jakob hat, ne ja, und es hat sich gelohnt. Also das ist genau der Punkt, dass man auch bei solchen Serien, wenn man sicher fahren würde, wäre es vielleicht nichts Besonderes am Ende. Also irgendwie Benedikt, der eine Kameramann ist ein Veteran und hat unzählige Preise und Jakob noch gar nicht, aber hat einfach spannende Sachen gemacht und da hat uns Sky sehr viel Vertrauen entgegengebracht und gesagt, okay, das Paket passt einfach und das, was die gemacht haben, ist einfach großartig und wir hatten zum Beispiel Christian Goldbeck als Szenenbildner, der wahnsinnig große Sachen auch schon gemacht hat und auch bewiesen hat, dass er sozusagen nicht noch einen zweiten Szenenbildner braucht, sondern dass er den gesamten Zeitraum auch stemmen wird und dafür beispielsweise garantieren kann, dass so eine künstlerische Einheit in dem Ganzen steckt, weil das ist natürlich die Gefahr, wenn zwei Teams was machen, dass es am Ende aussieht wie zwei Filme oder zwei Serien oder so und das ist ja ein bisschen schade gewesen. Für euch Schauspieler, war das ein Unterschied mit zwei Regisseursen zu drehen? Naja, wir hatten wie gesagt, oh, nö, also ich hatte ja eigentlich alle Vorbereitungen mit denen, also ich hatte mein Casting mit beiden, ich hatte mein erstes Treffen für meine Rolle, mit allen anderen Rollen habe ich immer mit beiden gehabt und dann deswegen, also ich meine, ihr arbeitet halt verschieden so, also beziehungsweise ein bisschen, also es hat halt dann jeder so, also beim Drehen merkt man das, aber sonst war alles, was ihr mir mitgegeben habt für meine Rolle, hatte ich immer so das Gefühl, das waren so, ihr beide als Paket, gebt mir irgendwie was mit und, aber das, was du gerade gesagt hast mit dem Vertrauen, war eigentlich auch voll so, weil ich bin ja, also ich meine, das ist ja ein Cast aus lauter super, super etablierten, tollen Leuten und da so reinzukommen als, hallo, ich bin Schauspielstudentin, ich werde jetzt bald fertig, ihr kennt mich alle noch nicht, aber trotzdem wurde ich so voll, für voll genommen, also ich habe mich voll, für voll genommen gefühlt in allem, was voll schön war für mich in der Arbeit auch. Also ich, bei so großen Dingen oder andersrum, bei den tollen Vorbildern, sowas wie The Wire, was für mich immer so, ah ja, so kann man doch auch Fernsehen machen oder Serien erzählen, warum machen wir das nicht oder dann Sopranos oder die ganzen anderen Sachen, die dann kamen, da ist ja vor allem diese Funktion auch so des Showrunners, ja, oder das, jemand, der so, ach, so auch so einen Geschmack hat oder so einen Taste, als ihr eben über Christian gesprochen habt, was ich hier, wo ich so gespannt war, ob das hinhaut, dass das Ding so inhaltlich wie ästhetisch so eine Wucht entfalten kann, weil es dann halt doch so ist, dass viele Köche oder bei anderen Arbeiten sind das dann Redakteure, manchmal den Brei verderben und ich muss sagen, so grundsätzlich nicht verderben, grundsätzlich auch bereichern und inspirieren, danke schön, nein, aber, ja, warum ist das manchmal so und manchmal ist das so, warum ist das so, dass manchmal sechs bis acht Leute am Tisch sitzen und du hast eine wahnsinns wilde Vorlage gehabt und hinterher denkst du so, boah, ja, und jetzt ist es halt so, ja, kann man machen, muss man aber eigentlich nicht und hier bei dem Ding fand ich so irre, als die erste Anfrage kam, ja, acht Tage, Komet bedroht die Welt, Meteorit und wir wollen das aber als Kammerspiel erzählen, hieß es ganz anfangs mal, ja, okay, mal gucken, aber ich dachte, was eine abstruse Idee, das klingt so nach RTL 2 oder der Alex wird in die Luft gesprengt und ProSieben ist live dabei oder so, ohne irgendwem hier jetzt auf den Schlips zu treten, zu wollen und als dann die Drehbücher kamen und ich habe gesagt, wo ist denn hier das Kammerspiel? Da ist ja immer viel von übrig. Er hatte das so eine, eine ganz irrwitzige Wucht und die, die sehr inspirierend war und wo das sehr hilfreich war, mit, mit zwei sehr unterschiedlichen Regisseuren zu arbeiten, so rein von den menschlichen Fähigkeiten, Qualitäten und Möglichkeiten und, ohne jetzt zu viel zu spoilern und, weil was das Ding, was das Ding finde ich so vor allem ausmacht, ist, auch wenn man so über Realismus spricht und was will man heute für Geschichten erzählen und was erzählen wir da von uns? Fragt man sich bei Sondergeschichten natürlich, naja, aber Holterdieb, Holter, das ist doch eben, wie die Frau dann sagt, das wird doch nie passieren und das ist ja so. Solange die Erde noch steht, kann man in fast in jedem Land der Welt als Deutscher irgendwo eine Botschaft gehen und man ist immer fein raus, so. Wenn das nur schon ein Freund von mir aus Portugal macht, wird es schon schwierig und außerhalb von Europa wollen wir gar nicht drüber reden und diese Gewissheiten mal so zu erschüttern und wie dünn, diese Binse zu bemühen, aber es ist ja so, dieser Firnis der Zivilisation ist und nicht nur, wenn man mit einer Kippa am Helmholtzplatz rumläuft, das muss man sich immer noch mal vorstellen, das war nicht in Neukölln, das war am Helmholtzplatz oder wie dünn der Firnis der Zivilisation ist an ganz anderen Momenten, wenn schack und dann schlägt das so über und dann wird diese Brutalität, die man so sieht, ja, muss das denn und alles so sein? Ab dem Moment, wo eben man so zwei, drei Prämissen fallen lässt, ja, halte ich das alles für sehr so in uns schlummernd und deswegen war ich sehr dankbar, bei dieser Geschichte mit dabei sein zu dürfen und um nochmal zu der Regisseursfrage zurückzukommen, weil das braucht, braucht sowas wie, ja, eben, so, klingt immer so schlimm, wenn man so Worte sagt wie Marschrichtung oder so, aber beim Drehen ist es halt so, wir starten jetzt in die Richtung durch, ich bin sehr froh, dass das so eine ästhetisch-inhaltliche Wucht hat und hoffe, dass das bei den acht, wie lange wird es dann hinterher eigentlich sein? Acht Stunden oder weniger, ne? Das sind so acht mal 45 bis 50 Minuten. Was ja auch so geil ist, dass man sich nicht so fixiert hat damit. Christian, Marc hat es schon angesprochen, die Ästhetik, du bist zum großen Teil wahrscheinlich auch dafür mitverantwortlich, es ging so Bilder durch die Presse, Berlin-Mitte, man hat irgendwie Autos auf dem Kopf stehen sehen, es war ein Riesentumult, das ist dann alles dein Werk, richtig? Ja, das Werk von ungefähr 40 Menschen, die im Art-Department arbeiten, was Marc gesagt hat, das war so der Szenenbildansatz auch von der ganzen Sache, dass wir uns schon überlegt haben, was macht der Mensch, wenn er nur noch acht Tage zu leben hat und wie verändern sich die Räume, wenn nur noch acht Tage da sind und wenn die ganzen Statussymbole nicht mehr wichtig sind, wenn ganze materielle Dinge nicht mehr wichtig sind, dann geht es halt ums Eingemachte. Und wir haben so ein Poppourri erstellt, was passiert acht Tage davor, was passiert am siebten, sechsten und es spitze ich halt zu, die Verwahrlosung nimmt a, immer mehr Raum ein, bis es dann natürlich eskaliert ist, als wir gedreht haben, war auch noch gerade der Gipfel in Hamburg, der hat uns dann so ein bisschen überrollt, wir hatten schön die Straßenkämpfe vorbereitet, also was in Hamburg dann passiert ist, das musste man erst mal hinkriegen in Berlin Mitte, ja, aber wir haben da auch das öffentliche Straßenland recht strapaziert. Das heißt, kannst du uns mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, wie funktioniert das? Du setzt dich mit deinem Team erst mal hin und denkst dir aus, das Konzept aus und was passiert dann? Das Konzept denke ich mir nicht alleine aus, das Konzept denke ich mir in dem Falle mit zwei Regisseuren aus, was auch natürlich für mich sehr interessant war, weil das ist das erste Mal, dass ich nicht mit einer Regisseurin oder einem Regisseur zu tun hatte, sondern gleich mit zweien. Wir hatten zwar die Motive so auf Blöcke aufgeteilt, aber letztendlich ging es ja darum, erst mal eine Welt zu kreieren und das ging halt dann zu dritt oder dementsprechend zu fünft, wenn man die zwei Kameramänner auch noch dazu zählt. Ein spannender Prozess, wir haben uns wirklich genau überlegt, wie realistisch wir bleiben wollen, wir wollten sehr realistisch bleiben, wie gesagt, wir wollen keinen Alex in die Luft sprengen, wir haben uns so von den Randlagen von Berlin, den Vororten von Berlin immer mehr ins Epizentrum gearbeitet, wir hatten ein relativ strenges Farbkonzept, also es kommt außer das Blut, was man im Film sieht, nicht einmal die Farbe Rot vor. Natürlich. Und wenn man das dann so eingezirkelt hat, dann hat man in dem Falle ungefähr 80 bis 100 Motive zu bewerkstelligen, wir hatten Studiobauten, wir haben einen Bunker gebaut, wir haben einen Regierungsbunker aus acht verschiedenen Motiven in Berlin-Brandenburg zusammengezogen zu einem Motiv, da guckt man natürlich irgendwie, wie passt das alles zusammen, wo steckt ähnliche Architektur in Berlin, das funktioniert wunderbar hier. Wir öffnen an dieser Stelle wieder fürs Publikum, das Gleiche gilt wieder, wir haben Mikrofone im Raum, das heißt gerne einfach die Hand heben und dann kommt ein Mikrofon zu Ihnen und dann können Sie gerne Fragen stellen, aber Sie müssen sich wahrscheinlich noch einen Tick sammeln, deswegen darf ich noch schon mal eine Frage vorschieben, und zwar noch mal an Sky. Also Frank, Neue Super ist eine sehr junge Produktionsfirma, kann man sagen, es ist ein mutiger Schritt, das mit denen zu machen? Weiß ich jetzt nicht, das sollen andere beurteilen, also haben wir ja schon vorher durchaus auch was gemacht, also auch eine Serie, die zwar für auf ZDF Neo durchaus ein bisschen kleiner war als acht Tage vom Budget und vom Gesamtumfang, aber die sind ja jetzt nicht einfach so von der Hochschule oder frisch geschlüpft zu uns gekommen, sondern haben ja schon ein bisschen was gemacht. Es ist, also wir haben ja dann gesagt, wir suchen die Mischung aus Erfahrung und junger Kreativität, weil wir auch gemerkt haben, dass da eine andere Sozialisation da ist. sag ich mal, kreative Filmschaffende unter 30, 35 sind einfach schon ganz anders aufgewachsen und, ich sage, vielleicht auch nicht so versaut vom deutschen Fernsehen, sondern die haben natürlich den ganzen Serienhype der letzten 15 Jahre mehr oder weniger jetzt alle aufgesogen und das spürt man dann schon, dass da auch eine andere Herangehensweise ist und eine andere Kreativität. Und die fällt natürlich bei uns jetzt auf offene Ohren, weil wir im Bezahlfernsehen andere Möglichkeiten haben, was den Jugendschutz angeht, weil wir natürlich auch angehalten sind, etwas zu produzieren, was es ja nicht schon im Free-TV frei empfangbar gibt, weil die Leute natürlich sagen, wofür zahle ich denn sonst auch Geld für mein Sky-Abo, wenn ich das eigentlich dann auch auf den anderen Sendern gucken kann. Also ich weiß nicht, ob es eine mutige Entscheidung war, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, den Weg zu gehen. Und das waren, glaube ich, jetzt auch vier Jahre oder so, die wir bis heute da verbracht haben. War für euch direkt klar, ihr geht zu Sky und niemand anderen? Fast direkt. Also davor... Netflix gab es damals noch gar nicht. Es gab nicht nur Netflix, nicht so wirklich, sondern es war tatsächlich auch die Pay-TV-Serie in Deutschland nicht wirklich etabliert. und auch Sky hat noch keine Original Productions gemacht und so und deswegen denkt man natürlich als Produzent eigentlich erst mal an Free-TV, weil es tatsächlich die einzige Möglichkeit ist. Und so öffentlich-rechtlich war es so, hm, eher nicht. Mal gucken mit den Privaten. Hat sich dann aber sehr schnell gezeigt, dass es auch privat nicht so ganz funktioniert, dass es viel zu viele Kompromisse bedurft hätte. Und dann war Sky sehr, sehr schnell dabei. Ja, aber eben nicht, ja. Und eigentlich seid ihr eine Münchner Produktionsformat. Münchner in Berlin. Warum habt ihr für Berlin entschieden? Also es ist auch ein interessantes Gefühl, als Münchner nach Berlin zu gehen und zu drehen. Wir waren sehr dankbar, auch für das Medienboard, für die großartige Unterstützung, nicht nur bei der Förderung, sondern tatsächlich dann auch, wenn man schon dreht und feststellt, oh, das ist hier ein riesiges staatliches Motiv, was man irgendwie will. Und dann gibt es da einzelne Personen, die einfach sagen, nee, will ich nicht. Also teilweise auch ein bisschen willkürlich. Da ist das Medienboard zum Beispiel auch eingeschritten und hat uns unterstützt. Also es war schon sehr hilfreich und wirklich, also auch eine Begleitung auf der ganzen Strecke. Warum die Geschichte in Berlin spielt, liegt einfach am Inhalt. Also wir brauchten die Nähe zur Politik, auch wenn wir eben nicht die deutsche Kanzlerin haben, die jetzt den Asteroiden umleiten wird oder dergleichen. Aber es gibt eine Figur, ja, es wäre eine Herausforderung, das ist dann in der zweiten Staffel sozusagen die andere Perspektive, Kanzleramt. Nein, wir haben eine Figur, die der Politik sehr nahe ist und dieses ganze politische, was da noch mitschwingt, sozusagen abdeckt für die Geschichte. Und gleichzeitig wird Berlin, glaube ich, sehr selbstverständlich miterzählt. Also wir sind auch in den Vororten und so und man sieht jetzt auch den Alex leider nicht die ganze Zeit. Jetzt hast du es in deiner Antwort vielleicht schon verraten. Das heißt, ich gehe davon aus, die Welt geht nicht unter und es könnte noch eine zweite Staffel geben. Also die beiden Dinge schließen sich nicht aus. Es kann eine zweite Staffel geben, aber zuersterem kann ich leider nichts sagen. Die Erde gibt es schon noch. Das wollen wir festhalten, weil es wird ja nur Europa sozusagen komplett zerstört. Aber es ist der Planet als solcher ist noch erhalten und es gibt durchaus Möglichkeiten, eine zweite Staffel zu erzählen. Aber bevor die zweite Staffel kommt, muss die erste erst mal fertig werden. Es wurden die letzten Tage noch gedreht. Das heißt, wann kommt die Serie? Im Herbst diesen Jahres. Also wir werden natürlich jetzt nicht am 1.11. starten, weil da sollen ja alle ins Kino gehen. Aber so um den Dreh rum, glaube ich, könnte es auch hinkommen. Dann freuen wir uns und gedulden uns bis dahin und vielen, vielen Dank an das Team von Acht Tage. Ich sage auch vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war der erste Tag hier auf der Media Convention auf der Bühne 6 und morgen geht es weiter. Schon früh, nicht vergessen, wenn Sie drüber schreiben, Hashtag MCB18. Bis dahin, schönen Abend. Applaus Tschüss.